Ampire Earth Einheiten für den finalen Schlag. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, machen wir das mal weiter hier. So, wir brauchen mehr Haubitzen. Jetzt kommt er hier noch. Was versucht dann da? Maschinengewehr, komm mal her, bitte. Du musst mal helfen. So. Du musst mal diese Artillerie da hinten platt machen. So. Der macht alles im Arsch, ne? Das ist unglaublich. So. Maschinengewehr. Wegmachen, die Scheiße. Los. Mach den kaputt. Gegen Maschinengewehre sind die Artillerien nämlich nix. Ganz genau, Leute. Wir brauchen einen Bürger. Nimm ich mal diese, diese, diesen, diesen Männe hier. Und dann baue ich mal hier die Türme nach. Ganz genau, Leute. Boom, boom. Richtig so. So. Einfach weiter Türme bauen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, du kannst uns helfen. Neben dem du hier die Türme baust. Gut, Leute. Das sieht doch schon mal gut aus. Was versucht der da schon wieder? Der will immer einen auf hinterhältig machen, ne? Das ist die ganze Zeit. Aber gut. Leute, wir können die Flugzeuge ein bisschen weiter nach vorne schicken. Ich glaube, wir können gleich los. los. Oh, wir haben sogar Einheiten damit. Wir müssen los. Ja gut, na dann. Team 1, kommt mal bitte nach vorne. So, weiter geht's, Leute. Sie werden den Tag verflucht. Ganz genau. So. So, dann zieh die mal weiter nach vorne, die Jäger. Vor allem Manni, bitte. Weil der kann so schön das Feuer auf sich lenken. Das ist einfach so. So, was? So, hier. Ja, weg damit. So. Seht ihr das? Genau dafür habe ich den Manni hier hingeschickt. Der kann so schön das Feuer auf sich ziehen. Gut. Alles klar. Dann abschießen, die Scheiße. Los. Schieß die ab. So. Leute. Alles klar. Erstmal die Flieger abschießen. Was ist das denn da schon wieder? Och, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Wirklich. Wie schnell meine Armee dadurch flöten geht. Das ist unfassbar. Der mit seiner Drecksartillerie. Wirklich, ey. Verdammte Scheiße. Wieder nix. Es hat wieder nicht gereicht. Das. Das ist unfassbar, Leute. Wirklich unfassbar. Gut. Ich brauche mehr bis da was. Ich baue nur die Dinger jetzt. Hier die Drecksartillerie von ihm. Okay, Leute. Wir werden angegriffen. Ja, die werden jetzt natürlich alle abgeballert. So, Manni. Mach bitte diese Drecksartillerie weg. So. Ja, Mann. Weg damit. Und baller die alle ab. Los. Das reicht jetzt mal so langsam. Das reicht jetzt echt mal. Franzose, ey. Mann. Habt ihr etwa noch mehr Artillerien hier unten stehen? Einfach mal gucken, Manni. Einfach mal gucken. Die von abgeballert? Ja. Ja. Schon. So. Wegmachen. Wegmachen. Los. Die ganze Scheiße hier wegmachen. Oh. Muss unbedingt raus. Ja. Ja, ja, ja. Gut. Aber er hat hier unten. Ja, ja. Ich sehe das da. Der hat da unten schon wieder Unmengen an Artillerie stehen. Alles klar, Leute. Dann kommen hier oben Partisanen raus. Ja, richtig. Wir bauen uns wieder auf. Aber es ist schwer. Also es ist wirklich nicht ohne die Mission. Aber da kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin, Leute. So. Wir nehmen jetzt nämlich gleich wieder unseren Manni. Und machen da gleich mal die Artillerie platt. So, schieß den ab. Schieß den Scheiß hier ab. Los. Du auch, bitte. So. So, with Dreidecker. Wir haben Albatrosse. Okay. Mal gucken, wer gewinnt. Mal gucken, wer gewinnt. Ich meine, ja gut, vier gegen einen jetzt. Das ist natürlich klar, dass wir das für uns entscheiden hier. Ja, zack. So. Wir werden angegriffen. Was? Wir werden angegriffen. Um Gottes Willen, legt euch nicht mit einem Panzer an. Seid ihr verrückt? Die sind doch lebenswüde, ey, wirklich. Die legen sich echt mit einem Panzer an. Naja, gut, egal. Hier können wir ein bisschen mehr Reichweite kriegen. Meinetwegen. So, Leute, dann brauche ich noch mehr Haubitzen, bitte. Wir werden angegriffen. So, Manni, du bist wieder da. Abschießen. Ah Mann, Moment, Moment, nein, nein, nein. Äh, hier die Drecksdinger hier weg. Ganz genau. Hier die scheiß Artillerie wegmachen. Los. Der Sportsmann, ja, ja. Dieser Drecksarzt. Weg damit. Schieß den ab, den Scheiß. Wirklich, Leute. So. Dann kann er jetzt beim letzten Mal überfliegen noch die beiden hier mitnehmen. So. Sehr gut, Leute. Die meiste Artillerie ist weg. Oha. Ja, flieg lieber zurück, Manni. Das ist, glaube ich, das Beste. Bah, diese Franzosen, ja. Das ist wirklich, Franzosen sind ekelhaft. Aber gut, Leute, wir rüsten uns weiter auf. So. Alles klar hier. Da kommt der nächste Partisan. Und wir rüsten uns auf. So. Wir können tatsächlich sogar noch was bauen, aber das hier nervt mich halt. Diese Artillerien von ihm, die nerven halt richtig. So. Boah, diese Luftkämpfe hier, die sind legendär. Wirklich. Ach wenn, ich muss hier wieder aufräumen. Auch wieder Albatrosse. So. Ja, der Vogel. So. Leute, wir gehen gleich los. Und zwar genau jetzt. Ich speicher das Ding nochmal vorher. Unter Deutsche. Dann sehen wir hoffentlich mal jetzt in dieser Folge nochmal ein bisschen was anderes, außer diese Mission. Das ist ja wirklich langsam nicht mehr normal. hat das wieder versucht, ne? So, Spielgeschwindigkeit hoch. So. Wo werden wir angegriffen, hä? Ähm, was? Ja, ja, der Bunker, der schafft das. So, Leute, abschießen. Los, abschießen, die Scheiße. So, wo ist Manni? Manni, komm raus. So, abschießen. Ja. Und abschießen. Genau dafür habe ich die nämlich gebaut, die Teile. So. Jetzt reden wir gleich mal weiter, blöder Franzose hier. Ihr könnt wieder nach vorne kommen, Niga. Und dann warte ich jetzt auf Manni, bis der mal die, äh, Drecksartillerie dahin weiter platt macht. Wir werden angegriffen. Äh, bleibt ihr stehen. Ihr sollt stehen bleiben, Mann. So. Lass den kommen. Der kommt doch. Oh Gott, ein Panzer. Okay, ein Panzer, das ist nicht gut, Leute. So, wegmachen. Los. Genau. So, wo ist Manni, Leute? Da ist Manni. Sehr schön. Voll repariert. Roter Baron, komm mal her, mach diese Drecksartillerie weg. So, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Wirklich nicht. So, Manni, komm. Du bist doch schon schnell. Ja, lass die mal kommen, ist okay. Manni, schieß einfach auf die Drecksdinger hier. So, weiter, weiter drauf. So, und hier drauf. Los. Sehr gut. Und weg damit. Sehr schön. Team 1. Und dann könnt ihr jetzt los hier. Los, zack. So. Genau, Manni, du kannst hier weiter drauf losfliegen, ja? So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen was im Arsch. So. Drecksärzte. Weg damit. So, wegmachen. Boah, das sieht geil aus, Leute. So, dann reden wir mal weiter, du dummer Franzose. Viele Türme hat er hier, ja? Aber das ist krass. Schaut euch die Schlacht an hier. Zack, zack, zack. Oh, geil. Da. Da hat dieser Wichser schon wieder hier diese Drecksteile. Mann. Diese Drecksteile. Wie viele hat der davon? So, weg mit dem Scheiß. So. Und noch mehr, ne? Noch mehr, ne? Das ist unglaublich. Wer hat noch mehr von dem Scheiß hier? Weg damit. Weg mit dem verfuckten Dreck, ey. Mann. Boah, es ist, ey. Es ist unglaublich, unfassbar. Wir werden angegriffen. So, aber Schritt für Schritt, Leute. Schritt für Schritt machen wir ihn kaputt. so. Alter, diese Artillerie geht mir so auf den Piss, Leute. Ich kann es euch gar nicht anders sagen. So. Einfach hier jede Menge von dem Zeug. So. Weitere Partisanen. Wir haben ja eigentlich unbegrenzt Nahrung, ne? Das ist... Ja, gut. Aber wir haben ihm schon hier ein paar Sachen weggenommen. Wirklich. Wir müssen jetzt nur noch hier unten das wegmachen. Wo ist der Manni? Der Manni repariert sich noch. Okay. Mit dem gehe ich nämlich gleich los und mache wieder die Artillerie im Arsch. Das ist jetzt so eine Master-Taktik hier. So. Die haben alle meine Jäger weggeschossen, ne? Das merke ich gerade. Ja, dann brauchen wir noch ein paar. So, wir haben es ja. Oh nein, wir haben es fast nicht mehr. Na ja, gut, egal. Ja, das soll er mal versuchen. Ja, doch. Oh. Okay. Manni, komm mal hier unten hin. Flugzeuge. Ja. Flugzeuge, mein Gott. So, der Manni, der soll mal bitte hier diese Drexteile wegmachen, ey. Die nerven. Die nerven einfach nur. Wo sind sie? Oh. Oder den Turm plattmachen. Wenn er das schafft. Ne, das schafft er nicht. Okay. Ah, wo sind die Dinger? Da ist eins. So. Das gibt's nicht, ne? Dieser Drecksarzt. Nach dem im Arsch. Verdammt. Och Manni. Hier hinten diese Drecksverlagerungswaffenwerkstätten, ey. Und ihr sollt bitte hierbleiben. So. Schieß das ab, da. Abschießen. Los. Abschießen. Abschießen. Weg mit dem Scheiß. So. Leute. Sehr gut. Dann warten wir jetzt nochmal ein bisschen. So, wir haben... Was versucht er denn hier schon wieder? Wieso haben wir eigentlich so Eisennot? Jetzt kommt er hier mit Ärzten an. Euer Ernst? Die Ärzte? Na gut, egal. Dann machen die Bürger das. Schieß sie kaputt. So. Schieß die Ärzte weg. Och, Leute. Was ist denn mit den Ärzten? Was machen die denn da? Die wollen irgendwas, äh... Ja. Keine Ahnung, was die hier wollen. So. Weg mit dem Scheiß. Genau wie den hier auch. Weg machen den Arzt. Französische Festungen. Einfach nur scouten, ja. Die wollten einfach nur scouten. Oh Manni ist wieder hier tief in... Luftkämpfe verwickelt hier. Schaut euch das an, Leute. Diese Luftkämpfe. So. Und nicht nur ein Partisan, bitte. Sondern alle. So. Ich stelle dich mal bitte dahin. Ich mach mal Stellung halten. So. Der Manni, der macht den noch platt hier. Ja. Sehr gut. Ja, und diesen Turm, wenn er meint. Wenn er unbedingt draufschießen will. So. Ihr kommt jetzt mal bitte mit nach vorne. Macht die Drecksdinger kaputt. So. Macht diese Scheiße immer. Der Arsch, ey. So. Weg. Und das da auch. Weg machen. So. Oh. Raus da. Raus da. Der kommt angeschissen. Der kommt angeschissen. Verdammt. Die sind auch so langsam irgendwie. Ich hab keine Ahnung. Okay. Weg damit. Weg mit diesen Panzern. Ha, 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 ha. Ich hab ein Krankenhaus hier, Leute. Ihr versucht es an der falschen Stelle. Oh. Eine Artillerie haben sie aber platt gekriegt. Ja, dann baue ich die halt nach. So. Leute. Und die können mal ein bisschen mehr länger fliegen. So. Alles klar. Das nervt nämlich, dass die immer wieder direkt zurück müssen. So. Dann können wir es doch jetzt nochmal versuchen, oder? Dann können wir es jetzt nochmal versuchen tatsächlich, ja. Ja. Boom, boom. Gut. Alles klar. Dann lass es. So. Der wollte wieder irgendwas versuchen hier, ne? Gut. Wo ist Money? Money? Ich... Ach, verdammt. Versuch ein bisschen zu scouten wenigstens. Komm. Aber ich befürchte, das reicht nicht mehr vom Sprit. Nee. Nee. Okay. Egal, Leute. Team 1. Team 1, bitte. Fahrt mal hier runter. Los. Wenn er jetzt wieder da Artillerien stehen hat, ne? Ja, ich weiß. Er hat zwei. Mindestens zwei. So, Leute. Der hat mindestens zwei Artillerien da stehen. So, Leute. Dann geht man direkt wieder hier runter. So, Panzer. Wegmachen. Wir werden angegriffen. Die halten erstaunlich wenig aus gegen Maschinengewehre. Aber gut, sind halt die Müllpanzer, ne? Was will man da erwarten? So. Direkt hier hinten hin, ey. So, wo ist die Artillerie? Da. Wegmachen. Die auch hier wegmachen. Ganz dringend, Leute. So. Und diesen Panzer da wegmachen? Der kann uns zum Glück nicht platt fahren. So, wegmachen, das Zeug. So. Hier auch bitte. Diese Panzer wegmachen. So. Französische Army. Weglachen. Los. Und das Abschießen bitte hier. Abschießen. Der hat noch einen Flughafen hier irgendwo, ne? Und der hat noch eine Artillerie da oben, ey. Verdammte Scheiße. Wo denn noch? Wie soll das abschießen? Ärzte. Ja, kommt. Egal, mach diese Tricks Artillerie weg. Die Artillerie Werkstatt. So. Mach die weg, ey. Ist mir jetzt gerade kackigal, dass wir hier angegriffen werden. Geht mal nach links, bitte. Ich glaube, dass da der Flughafen ist. Geht mal bitte nach links. Die sind nämlich von links gekommen, die Flieger. Ganz genau hier wegmachen. Und vor allem auch diese Scheiße. Ganz genau, Leute. So. So, das muss doch jetzt reichen, Leute. Ich möchte gerne heute wirklich nochmal was anderes sehen. Wir sind schon so lange hier. So. Einfach den Turm da platt machen. Platt machen. Los. Platt machen. Oh, noch mehr davon. Ist ja wohl nicht wahr. Noch mehr von der Scheiße. Noch mehr davon. So, Turm ist weg. Sehr gut, Leute. Und da kommt noch mehr rausgerollt. Ich glaub's nicht, ey. So. Scheiß Artillerie. Mann. Mach das Tor zumindest auf. Aufmachen hier. Los. Boah, diese Drecksdinger. Diese Drecksdinger. Gehen mir so auf den Piss hier. Mann. Das macht die Kacke weg hier. Ja, die treffen natürlich nicht, ey. So. Wegmachen, ey. Ich kann nicht mehr. Ich krieg hier die Krise, ey. Wirklich. Dann, äh. Ja, super. Der baut nur Artillerien, ne. Aber wir haben's gleich, Leute. Wir haben es gleich. So. Wir brauchen mal jede Menge Panzerabwehr. Noch ein paar Manneken. Und hier oben noch, äh, Dings. Partisanen, bitte. So. Das wird jetzt wirklich der letzte Angriff. Fliegt ihr mal bitte hier hinten hin. Und Bomber, bitte. Bau einfach Bomber. Weil ich befürchte, dass das nicht ausreicht, ne. Oder Manni. Genau. Manni kannst ja auch machen. Das versucht dann jetzt. Das versucht dann jetzt. Ja gut, das kann er machen. Das ist, das ist okay. So. Das kann er auch versuchen. Mach die Drecksdinger weg, ey. Wirklich, Leute. Mach diese Scheiße weg. Die Türme, die schießen überhaupt nicht. So. So, der Manni. Genau. Der Manni bombt hier. Das ist gut. Ey, wie blöd muss man sein, ey. Wirklich. Diese dummen Türme, ey. So. Der ist jetzt gleich weg. Äh. Dumme Artillerie, ey. So. Genau. Schön da drauf. Und Maschinengewehre. Kommt mal bitte direkt runter hier. Einfach mal ein bisschen unterstützen. Nein. Meine Fresse, ey. Vor allem das hier. Wegmachen. So. Das hier auch wegmachen, ey. Fick mit dem Scheiß. So. Der Bomber. Hat seine Ladung abgeworfen. Das ist gut. Oh. Mal flachs. Das ist... Die sind nicht so toll. Aber ist okay. Gut, Leute. Die Bomber hier. Die guten alten Gotha-Bomber. Sehen aus wie... Keine Ahnung. Das allererste Flugzeug, was hier gebaut wurde, ey. So. Wegmachen. Wegbomben. Weg mit dem Scheiß. So. Manni. Du bist auch wieder da, ne? Versuch dich mal an der Flakstation. Naja. Die schaffst du nicht. Komm. Dann... Dann versuch mal das hier. Das schaffst du sogar fast, ne? Wieso? Der nächste Bomber ist bereit. Gut. Manni. Oder mach hier einfach das hier mal. Beschädige das mal. Kannst du gar nicht. Doch. Okay. Gut, Leute. Dann haben wir wirklich jetzt gleich... Hohohoho. Schau dich das an. Dagegen kann er jetzt nicht mehr viel... entgegensetzen. So. Ach du Scheiße. Also langsam wird es hier... äh... Ungemütlich. Moment. Ich baue mal ein paar Bunker nach hier. Auf diese ganzen dummen Manikken. Ja. Die schafft er aber nicht hier. So. So. Bauen wir hier den... Dings bitte. Den deutschen Offizier. Genau. Für die Bunker. Leute. So. Dann hier. Das ist der Bomber, ne? Ja. Das ist der Bomber. Der kann sogar noch. Okay. Dann schmeißt man bitte da die Bombe ab hier. Diese Tricks Artillerie Werkstatt, ey. So. Ach nein. Ja toll. Mit Atem. Hallo? Bitte was? Was geht jetzt ab hier? Oh mein Gott. Ja gut. Aber es ist egal. Leute. Ähm. Das kriegen wir noch hin. Glaube ich. Hoffe ich. Also. Wir werden angegriffen. Der ist ja zum Glück blöd. Ja. Das ist... Boah. Die ziehen ganz schön viel ab. Gut. Wo ist der Dings? Wo bleibt mein Offizier? Der braucht ganz schön lange, um fertig zu werden. Ich baue hier halt Panzerabwehr. Komm. So. Baue hier einen Bunker hin. Hä? Was zur Hölle? Was ist das denn? Ich dachte, er kann einen Bunker bauen. Was soll das denn? Leute. Kann der angreifen? Der kann kämpfen. Ach so. Okay. Was ist hier jetzt schon wieder? Bunker. Hä? Ich dachte, er kann einen Bunker bauen. Was ist das denn? Na gut. Äh. Pff. Dann. Keine Bunker. Okay. Leute. Der Manni. Der bombt hier weiter auf das... Auf die Werkstatt. Ist in Ordnung. So. Der Bomber, der kann bitte da drauf schießen. So. Leute. Mit denen gehe ich jetzt nochmal los hier. Damit wir hier hoffentlich wirklich mal was anderes sehen. Ich kann nicht mehr. Wirklich nicht. Jetzt hat er nochmal 20 Artillerien da stehen. Weil dann ist es vorbei. Wir werden angegriffen. Bomber. Wir werden angegriffen. Was soll das denn? Ja gut. Ist okay. Leute. Puh. Okay. Die Armee rollt. Wir werden angegriffen. Und was ist da schon wieder? Ey. Alter. Du nervst. Du nervst mit deiner Scheiße. So. Leute. Einen Bürger bitte. Und hier mal die Kacktürme nachbauen. So. Dann gehen wir mal hier rein. Bomber. Bitte das hier wegbomben. Und die Panzer direkt mit. Sehr gut. So. Ja. Gute Idee, Leute. Die Panzer schon mal vorgeschädigt hier. Und wegmachen. Direkt wegmachen. Die Scheiße. So. Oh. Was macht er? Ich dachte, er hätte schon wieder Artillerie, ne? Das ist unfassbar, ey. So. Ärzte wegmachen. Der braucht nämlich nur Ärzte als Manikin. Mach bitte diesen Arzt weg. Manni. Und hier den hier auch, bitte. Bitte die hier auch, ey. Mann. Ach, da hat er noch mehr. Hat er noch mehr Artillerie? Na gut, dann. Dann Bomber, komm mal bitte mit. Und bombt die Artillerie weg. Der Bomber bombt jetzt die Artillerie weg. So. Weg damit. So, zack. Und ja. Sehr schön. Und das hier wegmachen. Los. Der Offizier hier. Okay. Krass. Leute. Jo, haben wir's dann. Ne. Wir haben's noch nicht, leider. Burgturm. Ja gut, dann. Schieß das hier glatt. Bitte. Oh, das ist natürlich unfair. Ey, das ist so ein Penner. Wirklich, Leute. Schieß die Scheiße ab. Boah, ey. Panzerabwehr. Ja. So. So. Haben sie das jetzt bald mal, ey. Gebraucht nicht zu lange. Wirklich. Ja, und was jetzt? Wir haben's doch platt gemacht. Jetzt hören sie die Festung so viel. Ja! Haben wir's jetzt endlich. Ohne die französischen Befestigung gehört der Verdun-Sektor bald gänzlich uns. Endlich hat das monatelange Gemetzel ein Ende. Was ist das? Manfred, ich habe gerade erfahren, dass die Geheimdienstmeldungen wahr sind. Die besten englischen und französischen Piloten wurden in ein Geschwader gesteckt, nur um ihre Maschine abzuschießen. Dieser Gefahr müssen wir begegnen, wenn wir diesen Sektor jemals sichern wollen. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Es geht weiter. Es geht noch weiter. Also. Das gibt's doch nicht. Schießen Sie alle Mitglieder des Anti-Richthofen Geschwaters ab. Ach, du Heilige. Okay. Leute, zurück. Äh, Jäger, bitte. Ähm, wir brauchen Jäger. Ach du Scheiße, da kommt das schon wieder mit irgendwas. Wir brauchen Partisanen. Das ist nicht zu knapp. Gut, Richthofen, komm nach Hause. So, der versucht hier weiter Stress zu machen. Bomber, warum bombst du die eigentlich nicht weg hier? Äh, das sind schon scheiß Jäger, ne? Egal, dann versuch einfach, die abzuschmeißen. Ja, sehr, sehr gut. So, sind das hier die, ne, das sind französische Flieger. Ne, das ist nicht das, was ich meinte. Gut, wir sollen die also abschießen, ja? Französische Flieger. Okay, Leute. Also voll jetzt auf Flakabwehr. Mhm. Da, Anti-Air-Geschwader. Mach die weg. Los. Und zack, weg damit. Das ist so unfassbar, ne? So. Anti-Air-Geschwader. Weg damit, Leute. Nochmal Anti-Air-Geschwader. So, Ant... Oder warum? Anti-Air-Geschwader, hier. Nochmal Anti-Air-Geschwader. Okay. Das ist ja cool. Das ist ja mal mega interessant. Da ist noch ein Anti-Air-Geschwader. Hier auch noch. So, haben wir es jetzt. Haben wir es jetzt? Oder kommt jetzt noch mehr? Da ist noch einer. So, weg damit. Anti-Air-Geschwader. So. Ja! Haben wir es jetzt, Leute. Gut gemacht, Manfred. Heute beherrschen wir die Lüfte und das Land um Verdun. Und es kommt auch besser. Der Kaiser persönlich hat Ihnen den Orden pure Merit verliehen. Der blaue Max, Ihr sehnlichster Wunsch wurde wahr. Boah, Gott sei Dank. Haben wir es jetzt endlich? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Monatelang. Ja, das kommt mir auch so vor mittlerweile. Haben wir es? Haben wir es? Oh Gott, Leute. Wir haben es. Ach du Scheiße, Leute. Wir haben es endlich. Oh Gott. Das war echt. Puh. Also das war eine Mission, du. Mein lieber Mann. Da unten hatte ich noch meine Armee gehabt. Hier oben war noch... Ah, hier waren auch noch Flughälften. Konnte man aber nicht platt machen. Ach, Leute. Boah, ich bin jetzt so erschöpft. Alles klar. Aber cool. Wir haben es geschafft. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in der nächsten Mission. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.